ÖBB-School, die Wintersportwoche, Tag 3. Zeigts mal, was gelernt habt. Ab auf die Piste mit euch! Hi! Es gefällt uns hier! Es ist geil! Und wie finden Sie es so? Und lustig! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des NDR 2021 Na, Servus, gestern zu viel Gas geben? Skifahren ist einfach viel zu anstrengend. Gut, passt, weil ich jetzt einen Job mache. Servus. Servus, wir fahren jetzt in den Altmaleraden? Langweilig. Ruhe Fahrt. Super, denn ich bin jetzt statt Ihnen da. Viel besser so. Ja, viel besser. Der Alte. Ach so, ja der. Ja, war ganz in Ordnung. Hast du jetzt seinen Job übernommen? Ja, immer. Na, Gott sei Dank. Der muss nämlich noch ein bisschen üben. Ja, finde ich auch. Schlägt sich ganz gut. Dankeschön, freut mich. Viertel. Wie ist das Leben so als Lehrer? Super. Einwandfrei. Sind Sie zufrieden mit uns? Ja, natürlich. Immer. Meistens. Okay, ja. Ja, immer. Servus, Kleiner. Wie geht's dir? Gut. War's gut bei Snowboarden? Ja, nein. Ja. Oh, 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 I'm born So I'm taking my time on my ride Oh, 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 I'm born So I'm taking my time on my I've been thinking too much Help me I've been thinking too much Help me